Ich war noch ein kleines Mädchen, ging spazieren mit Papa, als ich in dem großen Kaufhaus eine schöne Puppe sah. Diese Puppe wollte ich haben, mein Papa, der sagte nein, doch da setzte ich schon damals meine Waffen ein. Ich kann weinen, 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 wie ein Wasserfall, wenn ich nicht kriege, was ich haben will. Ich kann weinen, 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 wie ein Wasserfall, erst wenn ich's habe, bin ich wieder still. Und so ist es auch noch heute, das weiß jeder, der mich kennt. Einer, der davon nichts wusste, war vom Film ein Produzent. Brot für eine große Rolle, mir ein kleines Honorar. Und da fragte ich ihn höflich, ist es ihnen klar? Ich kann weinen, 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 wie ein Wasserfall, wenn ich nicht kriege, was ich haben will. Ich kann weinen, 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 wie ein Wasserfall, erst wenn ich's habe, bin ich wieder still. Ich kann weinen, 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 wie ein Wasserfall, wenn ich nicht kriege, was ich haben will. Na, 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 na na, na, na!